Hallo, guten Morgen! Schatz läuft schon her! Hallo Schatz! Schatz, hallo! Hallo, schießt euch mein Peek! Hallo Peek! Hallo Schatz! Schatz, hallo! Okay, dann red nicht mit mir, ist okay. So, natürlich nehmen wir den Wein mit. Und der Käse ist fertig. Das ist schön. Aber das mit doch. Ich werde wieder schön brav Käse ernten. Kriegen wir wieder schön brav Geld. So, ich denke schön hat Lust vegan Käse herzustellen. Ich habe immer noch keinen vegan Käse hergestellt. Und ich habe immer noch das Bedürfnis vegan Käse herzustellen. Na ja, nun gut. Ich habe immer noch keine irgendeine Küche. Und auf Gemecker habe ich keine Lust. Ich habe auch keinen Wichser. Der wäre vielleicht ein bisschen von Vorteil, wenn man... ja. Nüsse cremig machen möchte. Ist ja schon cremig. Wahnsinn. Ich habe zu viel das große Promipacken angeschaut. Keimig. Ähm. Oh. Da geht uns schön langsam der Käse aus, du. Oh. So. Mach mal hier überall die Käse mit schön mit rein. Was tust du denn? Warum packst du denn nicht da hin, wo ich da hin haben möchte? Gut. Muss man immer erst böse werden. Scheinend ja. So. Das ist auch da weg. Krass. Es ist grad voll dunkel. Da sind voll die Regenwolken. Nein. Und äh. Ja. Es hat zwar ein bisschen geregnet, aber... Jetzt regnet es nicht mehr, dafür ist es verdammt dunkel. Na ja. So. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. So. Nö. Der kommt da nicht rein. Dann haben wir einen anderen Käse noch. Wir müssen mal ein bisschen mehr Käse erstellen, damit wir noch einmal Käse machen können. Dann können wir wieder Wein reinmachen. Und diesen machen wir dann ein Wein, der wo auch was wert ist. Und nicht so einen wertlosen Wein, wo man dann das ganze Jahr über ungefähr wartet. Und dann kommt gar nichts raus. Es ist nicht rentiert. Das ist etwas deprimierend. So. Einmal gehen wir einen Käse verkaufen. Oh. Geh sie weg. Das Erdbeerwein. Okay. Oh. Und das können wir auch weg machen. Schön. Hm. Das schaut gar nicht so schlecht aus und es hat auch relativ gut Platz. Haha. So. Oh. Das ist auch schon wieder fertig. Gut. Da ist nichts fertig. Ja. Gut. Das war auch klar. So. Gut, dass ich noch mal ein bisschen Kirschen da habe. Jetzt kann er mir mal da zufälligerweise. Nein. Ich hab so Blödsachen einzumachen. Das ist ja jetzt satt. Nein. Nein. Ich räume es einfach weg. Passt schon. Also. Hier wieder ernten. Nein. Ich möchte ihn nicht trinken. Blaubeerwein. Hm. Eici. So. Flaschen ernten. Gucken. Haben wir da noch genügend Sachen, wo wir Wein machen können oder war's das schon? Das ist ja ein bisschen doof. Mal kurz gucken. Vielleicht haben wir da doch noch irgendwo was. Wer weiß. Vielleicht sind noch ein paar von diesen Sachen fertig geworden. so. Zum Beispiel die hier. Ja. Da war ich schon so lange nicht mehr fast, dass jetzt drei Früchte hingewachsen sind an einem Baum. Interessant. Oh, ich sehe. So. So. Können die Dinger auch mal demnächst fertig werden? So. Wunderbar. Ist da noch immer was dran? Hm. Nix so interessantes. Okay. So. Hier was. Ja. Da haben wir wieder ein Dino-Ei. Das heißt. Das werden wir gleich nochmal wieder einen Dino erstellen. Beziehungsweise einen Dino brüten. Du Dino-Ei. Warte. So. Erd dich. Super. Mal hier gucken. Kurz. Das muss ich zurück wieder ernten. Ich hab mal ganz so hell. das war ein Schaf. Oh, ich sehe. Der Schaf genäht. So. Hat die Zicke schon gesteichelt? Nö. Noch was da? Krass. Es war viel Zeug fertig. Jetzt sollte ich mir erstmal verkaufen gehen. Ah. Nicht so viel Platz im Inventar. Ciao. So. So, kommt einmal der Blaubeerwein weg, das kommt weg, dann kommt die uralte Frucht weg und die auch. Das sind gar nicht so viele andere Früchte gewesen. Das kommt auch nochmal weg, schön. Das prehistorische Artefaktbräu, auch nicht. Hat da noch irgendwas drin? Die Dinger können wir verarbeiten. Die Dinger können wir verkaufen, brauchen wir nicht mehr. Da ist sonst nichts interessantes drin, gut. So, also wir haben gesagt, das können wir verkaufen. Gut, gucken wir mal schnell rüber. Das sind Würmer, sind das die Würmer, die ich brauche? Nein, das sind es nicht, schade. Das sind auch Würmer. Das sind auch nicht die Würmer, die ich brauche, verdammt. Hm. So, bald wird es einfacher. Das sind auch Würmer? Loll. Schön lange hat der Würmer mal gesehen. Da hängt nichts aus, okay. Machen wir da weiter. So, mach mal im Garten weiter. So. Mal kurz gucken. Da hab ich das geplant, dass der Weg, genau. Das heißt, ich mach den unteren Weg da weg. So. So. Jetzt hab ich das nicht mal weg da. So. Genau. Sollte ich schon lange erreichen. Dann kann ich das nämlich abzäunen. Dann schaut das auch gar nicht so bumm aus, wenn ich das da abzäunen. So. Hier hab ich mir das vorgestellt. Ach so. Dass es da so bleibt. Genau. Das sind dann eins, zwei, drei. Da hab ich nochmal so'n Weg dann hier hingebaut. Kannst auch so bleiben. Weil das irgendwie schöner ist, dass dann da auch so abschließt. Dass es praktisch so ist. So wollte ich das haben. Also, das Feld fängt... da an. Also, so wie ich's da auch hab. Okay. Und das Feld endet... Da ist ein Sprinkler. Und da ist ein Sprinkler. Das Feld endet... Hier. Echt? Kurz gucken. Es tut da. Also, da kommt das letzte. Denn hier endet das Zeug. So. Das heißt... Ich mach das da so rüber. Ich hoffe, ich mach grad nix Falsches. Ich hoffe, ich mach grad nix Falsches. Ich hab das noch mal weg. Und da kommt auch kein Sprinkler hin. Ich dachte, da kommt ein Sprinkler hin. Ich dachte, da kommt ein Sprinkler hin. Na, das passt gar nicht so. Ich mach das dann noch mal weg. Und ich hoffe, dass ich da kein Blümchen kaputt mag, beziehungsweise Pflanzen. Jetzt wird's ein bisschen uncool. So, es ist schon wieder 18 Uhr. Das ist auch ein bisschen uncool. Ich mach einfach mal auch nochmal da hier weg. Okay. Na, das wird auch ein bisschen anders da gemacht. Ich glaub nicht, dass da irgendwie so ein Ding sein muss. Von daher schmau mal. So. 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 Vorerst. Und schauen wir mal, wie's dann sein muss. Dann können wir mal warten, bis das Fade hier einigermaßen fertig ist. Wobei, da oben kann man auch noch ein bisschen umbauen. Das war geplant. Und das hier der Weg raus. Ups. Achso, das ist die Katze. Dann wollte ich hier so einen Weg haben. Ist hier praktisch draußen? Ja. Hm. Nicht ganz so. So. Na doch, doch. Das hat schon gepasst. Okay. So. Damit da so ein Ding frei ist. So. Genau. Und dann kommen zwei da rüber. Eins, zwei. Und da geht's runter. Und das heißt dann praktisch so. Ein bisschen wegmachen da. Ich weiß eigentlich nicht genau, wo das dann da hinkommt. Und bevor's dann da nicht hinpasst, mach ich's lieber ein bisschen weg. Es sollte schon hinpassen. Ich kann jetzt eh gleich wieder hinbauen. Mehr oder weniger. mehr. So. Juuu. Mal gucken, ob Mama Robin da ist. Können wir ein bisschen umbauen. So. Mal machen das Schild weg. So. Jo. Achso. Ja. Wein hab ich nicht gemacht. Alles egal. Passt schon. So. Gehen wir noch kurz die Käse unten ab. Ich hab auch keinen neuen Käse reingemacht. Ich weiß. Zumindest nicht bei meinen Tisch. Ein bisschen. Aber ist egal, was schon. Passt schon. So, Schatz, was machst du hier so alleine? Gehst du jetzt ins Bett? Jo. Gut. Ich folge dir mal. So. Gute Nacht. Es hat viel Geld gebracht. So, das war der ganze Wein und der Käse. Der Käse hat so zu viel Geld. Der Käse hat sie mir am meisten gebracht. Das haben wir hier drin gehabt. Als ob die süße Edelstein wäre. Weißi.